so einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zur traileranalyse von eldenring hey mensch dass ich diesen tag nochmal erleben darf ist ja auch fast ein wunder mensch ich hätte es nicht erwartet irgendwie habe ich es gehofft dass jetzt auf der summer games show hier nochmal was neues zu eldenring kommt release date ist auch draußen 21 januar 2022 dann haben wir darkshores freunde und soul slack freunde es endlich geschafft mensch ein neues spiel kommt ich will gar nicht lang um den heißen brei rumreden ich habe den trailer natürlich schon ein paar mal geguckt und will den mit euch jetzt noch mal durchgehen und erzählen was mir hier alles so auffällt was unter den nägeln brennt um was meine erwartungen sind und ja ihr könnt auch gerne in den kommentaren schreiben unter diesem video was euch denn alles so auffällt und was vielleicht eure prämisse für das spiel ist also wir gehen mal gleich rein ich würde sagen das schicke bild machen wir erstmal aus hier und das mein schöner desktop hintergrund und hier ist der trailer let's go so also das ding fängt erst mal ganz entspannt an da passiert nicht viel und wir sehen aber natürlich eine ganz große neuerung die viele mega geil fanden die ich persönlich gar nicht so krass finde pferde 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 man kann jetzt darauf reiten man kann jetzt das so red head redemption style mäßig hier unterwegs sein das sieht mir auch aber schon so ein bisschen hier so gewinnen mäßig aus und dieser baum keine ahnung vielleicht spielt eine zentrale rolle man weiß es nicht denn er ist auch hier wieder zu sehen ich kann ja nicht mal kurz pause machen dieser baum scheint glaube ich so ein bisschen zumindest kommen dass am anfang sogar so ein bisschen vielleicht der zentrale punkt in dieser welt zu sein ich weiß nicht vielleicht komme ich auch gerade nur darauf weil das bei bayern juden der es auch gerade so besser in der fall war ja das ist unser spielbarer charakter und hier haben wir schon so einen ersten zauber gesehen die auch der sprung mit dem pferd ebenfalls und ja eine dicke rüstung hat er an und ihr seht es auch schon so ein bisschen auch hier mache ich noch mal ganz kurz pause ihr seht schon so ein bisschen rüstung hat man auf jeden fall wieder an da kann man bestimmt auch wieder einige sammeln aber die spielwelt ist sehr sehr weit also soll ja nicht mehr so ein bisschen so zur offene spielwelt aber schlauch ist werden sondern es soll ja wohl richtig so assassin's creed wird wieder mit mäßig offen werden von der spielfeld wenn das spiel wird wo ich noch nicht so richtig weiß ob ich das mag wird sich natürlich alles zeigen aber als from software musste irgendwann auch so ein bisschen mit dem neuen konzept um die ecke kommen auch hier wieder oben links im bild ihr seht es der große baum spielt auch hier wieder eine zentrale rolle wahrscheinlich wird das story technisch da einiges wird einiges abgehen so und auch mit dem pferd konnte man richtig springen über verschiedene ebenen und so also man wird wahrscheinlich im gameplay deutlich flotter unterwegs sein so auch hier man kann vom pferd auch aus angreifen das fällt auch relativ schnell auf und es gibt natürlich auch hier wieder katakomben fiese ekelig aussehende gegner und ich freue mich jetzt schon wieder auf die atmosphäre auf die auf die designs der jeweiligen der jeweiligen gegner das wird richtig herrlich wir bekommen auch ein paar bosse zu sehen ich glaube das wird ja auch einer dieser also auf jeden fall ich sag jetzt mal in anführungszeichen menschlicher gestalt die liegen mir dann doch so ein bisschen eher als wenn das und das ist fies hier hat man ganz kurz gesehen dass man auch hier wieder so ein magisches schwert nutzen konnte dass man denn ich sag jetzt mal die schwerte konnte man immer mit feuer mit blitz und so weiter aufbessern und hier hat er gerade das magie schwert genutzt und auch hier wieder eine szene man konnte mit dem pferd die klippen hoch springen krass also vielleicht kann man das pferd auch verbessern oder sowas wer weiß dass es verschiedene fähigkeiten hat ich weiß sieht man meine behinderte behindert sagt man nicht mehr meine doofe anzeige da von meinem von meinem player so auch hier pfeil und bogen mit feuer fallen kann man nutzen es gibt auch wieder drachen vielleicht auch das ein boss wer weiß wie das lore technisch aussieht ob das wieder irgendwas mit sif zu tun hat der sieht zum beispiel auch so ein bisschen aus wie nameless king und ich weiß gar nicht ob die szene schon war wir wurden auf jeden fall auch ein wolf oder sowas ähnliches das habe ich auch ganz kurz gesehen als ich das erste mal den trailer geguckt habe also vielleicht so wie bei ds3 wo man auch seine gestalt wieder verändern kann vielleicht geht sowas auch zack und das scheint auch einer dieser boss zu sein ein weiterer hier ein weiterer dort alles natürlich wieder sehr 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 schnell auch hier eine kleine szene so halber ornstein und smorg typ hier mit einer menge feuer im hintergrund und hier eine der waffen die man so nehmen kann also für ganz ordentlich aus auch hier jorden mäßig ihr habt es gerade gesehen eine riese und ja kathedralen hat er kommt das same auch hier mal wieder ein boss der wahrscheinlich fliegen kann wer weiß so ein elch typ eine hand noch eine maske noch irgendein anders viel wahrscheinlich einige bosse und ein schöner sprung am griff wer weiß ob das irgendwie auch eine fähigkeit ist oder ob das einfach nur trailer gehabe ist ja und who knows who this is übrigens geiler screenshot hier also geiles bild who knows who this is vielleicht am ende irgend so ein krasser dude der einer der letzten bosse sein wird wer weiß ja kurz und knackig das waren drei minuten und ich habe mal so ein bisschen mehr so paar screenshots rausgepickt und will auch gar nicht lange daran herum geräten dass hier irgendwie unnötig in die länge ziehen aber ich freue mich wahnsinnig habe auch ein bisschen angst weil es kommt auch auf ps4 und xbox worden was immer noch nicht verstehe weil es kommt nächstes jahr freunde come on ich weiß ps4 ps5 kommt nicht wirklich in die gänge und so hat hier alles totales nachsehen in der produktion aber leute es ist doch wohl langsamer neue konsolengeneration da sieht man auch als pc spieler doch auch alt aus ist doch doof finde ich nicht geil ich hätte das gerne nur auf der neuen konsolengeneration gehabt habe ein bisschen schiss was auch die open world angeht und hoffe und vertraue oder eigentlich auch so ein bisschen hier die tage jetzt habe ich den namen vergessen mir saki und from software dass die das halbwegs auch nicht hinbekommen also ja wie gesagt mehr erwartungen sind groß wahrscheinlich für alle es wird wahrscheinlich auch bockschwer also sekito war ja schon ultra krass und ich glaube einfacher wird es nicht mehr also von daher wir können gespannt sein guckt euch den trailer ja noch 10.000 mal an und ja ich freue mich auf jeden fall endlich mal was neues von allen ring gesehen zu haben also wenn es euch gefallen hat gibt dem ganzen hier like und abo ansonsten gibt auf diesem channel ja auch diverse des plays und streams zu sehen bei twitch unter futari tv also ich bin es euer tiba bis dann peace